In diesem Video geht es um die Evolution von Kindheit in unserer Art und verschiedene Unterrichtsmaterialien, um dieses Thema zu behandeln. Zunächst mal können wir feststellen, dass wir Primaten im Vergleich zu anderen Arten eine relativ lange Entwicklungsphase haben, bis wir fortpflanzungsfähig sind. Das sieht man in diesem Diagramm abgebildet. Verschiedene Primatenarten, auch uns Menschen und wir sehen verschiedene Phasen, wie lange sie ungefähr dauern. Und hier sieht man auch, dass in unserer Art es sogar die Entwicklungsphase besonders lang ist. Es gibt sogar zusätzlich eine Jugendphase. Also verglichen auch mit anderen Primaten haben wir Menschen sehr lange Kindheit- und Jugendphasen. Nun können wir uns fragen, warum mag das sein? Warum mag diese unterschiedliche Dauer der Lebensphasen im Laufe unserer Evolution entstanden sein? Dieses Thema der Evolution von Kindheit in unserer Art wird auch in diesem Unterrichtsmaterial in dem Lesetext zusammengefasst und enthält praktisch alle Informationen und Konzepte, die in diesem Video behandelt werden. Wir können uns zum einen mal fragen, ob bestimmte Merkmale, die wir an versiedelnden Schädeln erkennen können, etwas mit dieser Evolution von Kindheit zu tun haben. Hier sind nochmal einige dieser Merkmale zusammengefasst und auch auf welche anderen Verhaltens- oder Lebensweise sie wohl hindeuten. Insbesondere auch die Gehirnschädel-Kapazität, also die Größe des Hirnschädels, deutet wohl auf die Größe des Gehirns und ob dies wohl etwas mit der Verlängerung von Kindheit zu tun haben könnte. Auch wenn wir uns Schädelmessungen anschauen, dann sehen wir eben, dass es mit Homo erectus insbesondere einen starken Anstieg der Gehirngröße im Laufe unserer Evolution gab. Nun gehen viele Forscher davon aus, dass es tatsächlich etwas damit zu tun hat mit der Gehirngröße, warum unsere Kindheits- und Jugendphase länger ist als bei anderen Primaten. Es ist einmal so, dass der menschliche Geburtskanal für dich mit dem anderen Primaten sehr eng ist für den Kopf eines neuen Geborenen. Die Gründe dafür sind mehrere. Zum einen gab es körperliche Anpassungen an den aufrechten Gang im Laufe unserer Evolution. Zum Beispiel wurde das Becken schmaler und gleichzeitig gab es aber auch eine Vergrößerung der Großhirnrinde und damit der Hirnschädel-Kapazität des Schädels. Und das führte eben dazu, dass der Geburtskanal relativ eng wurde und somit gab es einen Selektionsdruck auf eine verfrühte Geburt. Das Kind musste also früher raus, wenn das Gehirn noch gar nicht vollständig entwickelt war. Hiermit werden also Konzepte wie eine Ko-Evolution von Merkmalen oder auch Zielkonflikte und sogenannte Kompromisslösungen angesprochen. Also sprich, dass es in der Evolution nicht immer dazu kommt, dass alle Merkmale optimal ausgebildet sind, sondern dadurch, dass verschiedene Merkmale miteinander in Beziehung stehen, kommt es oftmals zu Zielkonflikten und so etwas wie Kompromisslösungen in der Evolution. Diese Sachverhalte können wir auch wieder in einem Ursache-Wirkungs-Diagramm darstellen. Füllen Sie bitte mal dieses Diagramm mit den gegebenen Materialien aus. Hier haben wir in diesem Diagramm auch einen weiteren Pfeil hinzugefügt, welcher einfach nur darstellt, etwas führt zu etwas. Es hat nicht so viel zu tun mit natürlicher Selektion unbedingt oder einer Beziehung, die etwas ermöglicht oder erlaubt, sondern einfach nur, dass es etwas, was einfach zu etwas führt, ein Resultat von etwas ist. In diesem Diagramm ist also dargestellt, dass zum einen aufgrund der Vergrößerung der Gehirngröße die Hirnschäbelkapazität des Körpers größer werden musste und aufgrund Anpassung an den aufrechten Gang wurde das Becken schmaler und dies beides führte zu einem kleineren Geburtskanal, was wiederum einen natürlichen, einen Selektionsdruck darstellte auf eine verfrühte Geburt. Weitere Faktoren, die für eine verlängerte Kindheit verantwortlich zu sein scheinen, ist die Tatsache, dass je mehr ein Kind oder Nachkomme lernen muss, bestimmte Fähigkeiten und Werkzeugherstellung zum Beispiel, desto länger dauert es eben auch bis zur Selbstständigkeit und desto bedeutender werden auch bestimmte Fähigkeiten, wie für soziales Lernen und Lehren, was wir schon in dem Thema zur Werkzeugherstellung angeschaut haben, aber auch Fähigkeiten für die sogenannte kooperative Kinderfürsorge. So ist es eben so, dass insbesondere in unserer Art nicht nur die Eltern für die Fürsorge und das Aufziehen von Kindern verantwortlich sind, sondern auch viele andere Erwachsene in der Gruppe. Hier ein Zitat von der Entwicklungspsychologin Alison Gopnik und Kollegen. Sie meinen eben, dass unser einzigartiger Trick in unserer Evolution, also praktisch etwas, was uns zum Menschen macht, unsere zentrale Anpassung ist, unsere ungeheure Fähigkeit zu lernen, wenn wir Babys sind und zu lehren, wenn wir Erwachsene sind. Also hier auch nochmal diese Konzepte, Eigenschaften, das soziale Lernen, voneinander Lernen und das Lehren. Und auch diese Sachverhalte können wir wieder in einem Ursache-Wirkungs-Diagramm darstellen. Was noch hinzukommt, wenn wir die Beziehungen zwischen auch Gehirngröße und den anderen Eigenschaften uns anschauen, ist die Tatsache, dass unser Gehirn, das Gehirn allgemein und verschiedenen Tieren einen sehr hohen Energieverbrauch hat im Vergleich zum Rest des Körpers, im Vergleich zu anderen Organen. Und so erfordert ein relativ großes Gehirn auch eine Zufuhr, regelmäßige Zufuhr von hochwertiger, eiweißreicher Nahrung. Dieser Sachverhalt ist in diesem Ursache-Wirkungs-Diagramm noch nicht vollständig abgebildet. Und so ist die Frage, was müssten wir hier hinzufügen, um diese Beziehung zwischen Hirngröße und Bedarf an Nahrung, an eiweißreicher Nahrung richtig abzubilden. Wir könnten also in diesem Diagramm einen Pfeil hier hinzufügen, der darstellt, dass eine Vergrößerung des Gehirns einen Selektionsdruck ausübt auf tierische Ernährung. Praktisch, dass Individuen oder Gruppen fähig sein müssen, regelmäßig tierische Nahrungsmittel in ausreichendem Maße zu erlangen. Und somit, und dann, dass dann eben auch auf der anderen Seite die tierische Ernährung ein größeres Gehirn ermöglicht. Somit haben wir in diesem Diagramm auch einen Sachverhalt abgebildet, nämlich die Dynamik von Rückwirkungen oder Rückkopplungen, welche andeuten. Also eine Rückwirkung ist im Grunde eine Schleife von Ursachen und Auswirkungen, die in sich geschlossen ist. Also praktisch eine Ursache führt zu einer Auswirkung, welche wiederum die Ursache beeinflusst. Also wir haben hier praktisch einmal tierische Ernährung, übt einen Selektionsdruck aus auf verstärkte Nutzung von geeigneten Werkzeugen, was einen Selektionsdruck ausübt auf gesteigerte geistige Fähigkeiten, was wiederum einen Selektionsdruck ausübt auf ein vergrößertes Gehirn, was wiederum einen Selektionsdruck ausübt auf die Fähigkeit tierischer Ernährung zu gewährleisten. Und somit haben wir hier praktisch eine Schleife, die sich dann auch immer weiter verstärkt. Das gleiche kann man auch mit den anderen Faktoren hier, also hier findet man praktisch mehrere Rückwirkungen in diesem Ursache-Wirkungs-Diagramm. Und solche sogenannte positive Rückwirkungen, Rückwirkungen, die sich selbst verstärken in so einem Kreis, führen in der Regel zu sogenannten exponentiellen Veränderungen. Und wenn wir uns eben die Vergrößerung des Gehirns im Laufe der menschlichen Evolution anschauen, so scheint es tatsächlich einen gewissen exponentiellen Anstieg im Laufe der Zeit zu geben. Also das menschliche Gehirn würde ab ungefähr Homo habilis, Homo erectus rasant immer größer. Und so eine Rückwirkung ist zum Teil eine Erklärung für diesen rasanten Anstieg. Ein weiteres Thema, eine weitere Gruppe von Eigenschaften, die mit der Evolution von Kindheit in unserer Art zu tun hat, ist das sogenannte Kindchenschema. Das ist einfach die Bezeichnung dafür, dass die Gesichter von jüngeren Kindern eine bestimmte Proportionen haben, die wir als niedlich empfinden und die in uns auch bestimmte Reaktionen hervorrufen. Hier könnten wir erst mal auch Ideen sammeln, warum finden wir denn Babys niedlich, warum ist das so und welche Arten von Reaktionen oder Handlungen bewirken der Anblick eines Babys in uns. Was könnte praktisch die Funktion dieses Merkmals des Kindchenschemas sein? Einmal für das Kind, für das Baby und auch für andere, für die Gruppe insgesamt. Dieser Sachverhalt wird auch in diesem Unterrichtsmaterial Lesetext zum Kindchenschema behandelt. Natürlich wird das Kindchenschema dann auch, finden wir auch in anderen sozialen Tierarten, insbesondere Säugetieren und wird natürlich auch ausgenutzt in der Werbung, in Trickfilmen und so weiter. Auch das Kindchenschema können wir wieder in einem Ursache-Wirkungs-Diagramm abbilden. Auch hier können wir wieder schauen, diskutieren, reflektieren, welche unterschiedlichen Beziehungen wir in diesem Diagramm abbilden könnten. Zum Beispiel habe ich hier so eine Beziehung hinzugefügt, weil es praktisch auch eine Ko-Evolution direkt zwischen diesen beiden Eigenschaften gibt. Einmal die Gesichtszüge an sich in den Kindern, in dem Körper der Kinder sozusagen und aber auch das Verhalten, was dadurch ausgelöst werden soll, nämlich das Verlangen, diese niedlichen Kinder umsorgen zu wollen. Also gibt es hier auch so eine gewisse Ko-Evolution von diesen beiden Merkmalen, die insgesamt eigentlich das Kindchenschema ausmachen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf der EPO Leipzig Webseite unter diesem Link.